Und weiter geht es mit einem Klassiker der Elektrotechnik-Klausuraufgaben-Historie und zwar weiter geht es mit der Blindleistungskompensation. In dem Video will ich mal zeigen, wie man das macht und zwar mit ganz typischen Beispielen und hier gibt es zwei Herangehensweisen. Je nach Aufgabenstellung ist eine von beiden besser und das schauen wir uns im Verlauf des Videos an. Ich habe jetzt also erstmal hier so eine allgemeine Impedanz-Set und die hat jetzt natürlich irgendein Imaginärteil bzw. irgendeine Phase. Und das habe ich jetzt mal so gemacht, dass sie den Betrag 10 oben hat und im Exponenten von E steht J0,45 und das habe ich extra mal gewählt, damit du das auch siehst. Also das ist zwar ungewöhnlich, eigentlich gibt man das in der Elektrotechnik immer ein Grad an, hier ist es aber mal ein Bogenmaß, weil nämlich das Gradzeichen fehlt. Ja, wenn du dann mit einem Taschenrechner rechnest, ist es wichtig, dass du dann auf Bogenmaßrechnung umstellst, da steht dann meistens irgendwie Rad da und nicht Deck für Degree oder für Grad. Ja, also ich habe es jetzt hier einfach mal in Bogenmaß gemacht. Und das, was wir jetzt schon wissen, ist, dass das Argument der E-Funktion ist positiv, also haben wir hier ein induktives Verhalten dieser Impedanz bzw. einen induktiven Imaginärteil, der würde nämlich positiv sein, wenn ich das in die kathletische Form umrechne. Ja, positives Argument der E-Funktion oder induktiver oder positiver Imaginärteil will alles das Gleiche ausdrücken. Wir haben hier ein induktives Verhalten und nicht umsonst hatte ich das ja in der entsprechenden Lektion schon mal behandelt. Ja, man kann jetzt diese Gesamtimpedanz mit einer Ersatzschaltung darstellen und dies hier, weil es ja induktiv ist, eine R in Reihe mit einem L. Boom. Ja, die Frage kam mal, ich könnte das auch tauschen, das ist vollkommen egal. Ich könnte auch hier die Spule machen und hier den Widerstand. Ja, die Frage kam mal, weil das immer so gezeichnet wird, keine Ahnung. Du könntest aber die Spule mit dem Widerstand auch tauschen, das ist vollkommen Latte. Okay. Wichtig ist, dass du blitzschnell sozusagen hier real und imaginärteil ausrechnen kannst, weil so können wir nämlich die Bauteile bestimmen, die exakten Bauteilwerte. Also bestimme doch mal bitte den Bauteilwert für den Widerstand. Ja, der Widerstand ist 9 Ohm. Ich rechne das auch gleich vor. Und jetzt bestimme noch den Spulen-Blindwiderstand. Der ist 4,35 Ohm. Also ich habe das jetzt, eigentlich sollte das keine Probleme machen. Ja, ich habe das jetzt eigentlich, ich habe mich überlegt, macht das Sinn, das zu fragen. Du musst jetzt ja einfach nur das hier in die kartesische Formen wandeln und müsstest dann einfach, die 10 Ohm kann man ja ausklammern, ja, und dann in der Klammer natürlich Cosinus 0,45 rechnen. Ja, auf dem Taschenrechner, wie gesagt, Bogenmaß einstellen. Ja, das musst du einfach ausrechnen, da hilft dir der Taschenrechner, mal 10 jeweils. Und dann bekommst du für die Bauteilwerte 9 Ohm und 4,35 Ohm. Ja, also sowas muss eigentlich sitzen. Ich dachte, ich nerv dich jetzt nochmal damit. Okay, und jetzt habe ich hier schon die Netzspannung gegeben mit 220 Volt, ja, das ist ja effektiv fair der Netzspannung. Und jetzt rechne mir doch mal bitte den Betrag der Scheinleistung aus. Das hatten wir ja, habe ich dir ja schon erklärt, wie das geht. Das ist natürlich, eigentlich an sich ist ja S, ich wollte es ja im Betrag machen, gleich U mal I. Ja, aber das I haben wir ja nicht, also setze ich I gleich U durch Z ein und dann habe ich U Quadrat durch Z. Wie gesagt, Beträge, ich habe ja auch keine Unterstriche gemacht. Und wenn ich das ausrechne, da kommt 4,840 Volt Ampere raus. Ich schiebe das alles mal um die Ecke, ich brauche ein bisschen Platz. So, und was ich jetzt hier schon abgelesen habe, ist ja gerade eben die Phase der gegebenen allgemeinen Impedanz. Das war ja 0,45, damit haben wir ja gerade gerechnet. Und was ich auch schon erklärt habe, das ist ja auch schon der Leistungsfaktor. Also Cosinus Phi können wir damit ausrechnen und hätten damit den Leistungsfaktor. Ja, jetzt habe ich einfach nur Phi da stehen, das brauchen wir gleich. Aber wie gesagt, aus der allgemeinen Impedanz kannst du sofort den Leistungsfaktor ablesen. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, die Wirkleistung interessiert mich jetzt. Und da rechnen wir doch mal bitte die Wirkleistung jetzt aus. Die Wirkleistung ist natürlich diese Zahl, also der Betrag von der Scheinleistung mal dem Cosinus von Phi. Weil das ja gerade eben in der komplexen Darstellung, ja, hier ist die Wirkleistung und die Scheinleistung war ja so, dann ist das ja gerade hier der Realteil und der ist mit dem Winkel hier, das ist ja die Ankathete. Das habe ich hier in Alpha gemacht, ich brauche ja ein Phi. Das ist die Ankathete, die wird mit einem Cosinus ausgerechnet. Ja, habe ich eigentlich alles erklärt, kleine Wiederholung. Jetzt brauche ich mal den Betrag der Blindleistung, rechne den mal bitte aus. Das ist natürlich S mal Sinus Phi. Ja, und wenn man das ausrechnet, das brauche ich glaube ich jetzt nicht vorrechnen, dann kommt da 2.105 wahr raus. Wichtig sind die Einheiten, wenn du die in der Klausur nicht so machst, wenn du jetzt zum Beispiel statt wahr hier Watten schreibst, da könntest du einen Punkt abzugeben, weil die Einheit der Blindleistung ist wahr. Das ist so definiert und das muss man so machen. Wirkleistung, das kennt man ja aus den Gleichstromnetzwerken oder allgemein von irgendwelchen Geräten. Wenn die Leistungsangabe da gegeben ist, das ist Watt und bei der Scheinleistung ist das Volt Ampere. Das kennst du vielleicht auch, das steht meistens auf Motoren drauf, weil die einen bestimmten Leistungsfaktor haben und da muss man die Scheinleistung angeben. An dieser Stelle will ich auch einen kleinen Rechenfehler oder einen kleinen Denkfehler vorbeugen, was ich nämlich ganz oft sehe. Ich habe ja schon erklärt, dass die komplexe Scheinleistung ist ja gerade die Addition aus Wirkleistung und rein imaginärer Blindleistung. Das ist dann hier der Realteil und das ist der Imaginärteil. Und was ich dann irgendwie, warum auch immer, sehe ist, dass wenn man die Beträge ausrechnen soll, dass dann ganz einfach so gerechnet wird. Also hier Betrag davon, bloß Betrag davon und Bums, das ist ein totaler Quatsch. Wenn ich mir das jetzt hier nochmal in der Ebene aufmale, ich habe hier meine Wirkleistung, hier meine Blindleistung und hier ist die Scheinleistung. Dann habe ich hier den rechten Winkel, hier mein Vieh, hier ist P, hier ist Q und dann kann ich hier, muss ich hier, um den Betrag von S auszurechnen, mit dem Pythagoras arbeiten und kann ich einfach hier die Beträge addieren. Ja, also das ist hier horrender Blödsinn. Was natürlich geht, ist den Pythagoras anzuwenden und dann rechne ich das entsprechend so aus. Ja, also das war eigentlich nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Falls du hier den Fehler irgendwie mal, weiß ich nicht, gedanklich vielleicht vorhast oder vorgehabt hättest in Zukunft, ja, nicht so rechnen mit Beträgen, bitte nicht. Ja, da muss der Pythagoras angewendet werden. Das ist ganz ähnlich zu dem Zeigerdiagramm, wo die Spannung oder der Strom um 90 Grad gegeneinander verschoben waren und man da auch mit dem Pythagoras rechnen konnte. Okay, das war mir wichtig an der Stelle. Was wir jetzt machen ist, wir kompensieren die Blindleistung, die hier auftritt. Die Blindleistung ist ja offensichtlich ungleich null. So, und wie macht man das? In den allermeisten Fällen macht man das jetzt durch eine Parallelschaltung eines Kondensators und deswegen machen wir das hier auch. Rein theoretisch könnte man das auch in Reihe schalten. Dadurch, dass es in der Praxis aber mit Parallelschaltung geschieht, machen wir das hier auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Aufgabe gesehen, eine Klausuraufgabe, wo man bei einer induktiven Last den Kondensator in Reihe schalten sollte. Also das habe ich wirklich, das habe ich noch nie gesehen. Selbst wenn es rankommt, das Prinzip ist an sich das gleiche. Und jetzt gibt es nämlich zwei Arten von Blindleistungskompensation, wie ich schon erwähnt habe. Man kann sich einfach den Imaginärteil anschauen, hier der Gesamtimpedanz, den Null machen, dann ist automatisch auch die Blindleistung Null, weil ohne Imaginärteil kann keine Blindleistung entstehen. Also das Phi ist ja dann Null. Ja, hier würde dann eine Null stehen und Cosinus Null ist Eins. Okay, naja, die zweite Variante ist dann, dass man direkt über die Blindleistung geht. Aber ich fange erstmal mit der ersten Variante an. Und da sagt man, der Imaginärteil von Z Gesamt muss Null sein. Falls du Programmiererfahrung hast, bitte nicht ihr das denken, dass das ungleich Null heißen soll. Das ist vielleicht ungünstig gewesen. Ich wollte einfach, soll Null sein, das soll das bedeuten. Ja, also nicht denken ungleich, das soll bedeuten, ich definiere das als Null, das soll Null werden. Ja, und das Zeichen habe ich nicht gefunden. Ich habe es nicht hinbekommen. Ja, also habe ich das so gemacht. Okay, wir fangen mal an. Ich brauche also erstmal die Gesamtimpedanz. Ja, ich gucke mir hier die Gesamtimpedanz an. Und das ist folgende. Ja, jetzt macht das nicht wirklich eine Vereinfachung, wegen der Parallelschaltung hier die Admittanz anzugucken, weil man ja hier eine Reihenschaltung aus R und L hat. Wenn das eine reine Parallelschaltung wäre, dann könnte ich hier mit Admittanzen arbeiten. Das haben wir ja gesehen. Nee, Entschuldigung, das werden wir noch sehen bei den Schwingkreisen. Jedenfalls ist das hier nicht eine Möglichkeit, um das einfacher zu machen. Ich muss hier leider mit der Impedanz rechnen und das dann so hinschreiben. Okay, und das rechne ich jetzt mal vor. Das ist leider ein bisschen viel. Aber ja, so ist es halt. Die Gesamtimpedanz ist also das. Also ich habe diese Abkürzungsformel genommen, wo ich einfach bei zwei Sachen, die parallel sind, beide Terme oben multipliziere und unten addiere. Habe ich schon ein paar Mal verwendet. Kann ich nur empfehlen, das so zu rechnen. Es geht viel schneller. Ich rechne das mal aus. Und jetzt muss ich ja den Nenner reell bekommen, damit ich es auseinanderziehen kann und nach Real und Imaginärteil trennen kann. Ich muss also konjugiert komplex erweitern. So, da kommt dann hier so ein Ding raus. Ja, das ist natürlich unschön, aber naja, manchmal ist es so. Hier ist der Realteil und hier ist der Imaginärteil. Ich habe das also schon sortiert. Der Nenner ist jetzt rein real und das ist cool. So wollen wir das haben. Ich kann das also jetzt schon entsprechend meines Ansatzes hier, kann ich das jetzt schon null setzen. Ich nehme einfach den Imaginärteil. Ja, also ich habe jetzt hier diesen Teil genommen. Das ist ja der Imaginärteil. Das steht jetzt hier. Ich kann natürlich einfach mit dem Nenner multiplizieren auf beiden Seiten. Hier ist null, da fliegt er weg. Also bleibt das stehen. Jetzt kann ich durch minus j teilen. Ja, da kommt dann das raus. Ich habe hier übrigens jetzt nicht verwirren lassen, dass, ja, kommt da, da ist Minus noch rausgezogen. Ja. Hier das Minus habe ich hier rausgezogen und dann sind hier überall Plus entstanden. Okay. Auf jeden Fall teile ich durch minus j. Das fliegt raus. Das steht da. Rein real jetzt. Ich löse die Klammer auf. Schreibe das so. Habe das also zusammengefasst. Und jetzt ist ja hier mein c im xc versteckt. Ich stelle das nach xc um. Setze für xc 1 durch jωc ein und für xlωl. Und stelle das nach c um. Jetzt kann ich noch kürzen und das kommt raus. Ja, die Rechnung war unschön. Am Ende dieses Screencasts zeige ich euch eine Variante, wo diese Herangehensweise, also das Ergebnis quasi in 30 Sekunden gibt. Ja, in diesem Fall ist es ein bisschen komplizierter. Das Schöne ist aber, dass wir hier überhaupt nicht die Leistung uns anschauen mussten. Ich musste hier sozusagen nur rechnen. Ja, also wenn du da sicher bist und du machst wenig Schusslichkeitsfehler, ist das vielleicht eine Herangehensweise, die dir besonders gut liegt. Ja. Also ich habe jetzt hier einen Wert für c gefunden und den schreibe ich jetzt hier rüber an die Seite und mache jetzt hier frei und wir gucken uns den allgemeinen Ansatz an. Warum nenne ich das jetzt allgemeine Ansatz? Mit diesem Ansatz kannst du auch, was nämlich ganz häufig der Fall ist, eine Reduktion der Blindleistung berechnen und nicht nur einfach 0 machen. Ja, du kannst, ganz häufig wird eine Klausuraufgabe nämlich gefragt, verbessern sie den Leistungsfaktor von 0,6 auf 0,8 oder irgendeine Kapazität wird hinzugeschaltet und der Leistungsfaktor verbessert sich auf 0,8 und dann muss man da irgendwie die Kapazität, die hinzugeschaltet ist, bestimmen. Ja, das machen wir auch noch im nächsten Screencast, im nächsten Video, da rechne ich nämlich so eine Aufgabe vor und der allgemeine Ansatz hier, dass die Blindleistung von Spule und Kondensator gleich groß sein muss, den kann man für die Reduktion der Blindleistung auf 0 verwenden und auf eine Reduktion umbestimmten Wert. Ja, also wo der Leistungsfaktor dann immer noch ungleich 1 ist. Okay, und deswegen ist das hier der allgemeine Ansatz. Ich bringe das jetzt nochmal in das Verhältnis zu dem, was ich schon an der Tafel erklärt habe. Ja, also wir haben die Darstellung der komplexen Scheinleistung in dieser Art, dass ja hier die rein imaginäre induktive Blindleistung ist, und hier die rein reelle Wirkleistung. Ja, ich habe das hier PW genannt, wir haben hier mit P gerechnet, egal. Okay, und wenn ich mir das jetzt angucke, ich habe es ja an der Tafel auch schon gezeigt, die Blindleistung vom Kondensator ist ja gerade in die entgegengesetzte Richtung, die geht nach unten. Also wenn ich die Blindleistung auf 0 drücken will, muss ich eine gleich große kapazitive Blindleistung erzeugen durch den absichtlich zugeschalteten Kondensator. Und wenn ich das jetzt hier mal überlagere, dann siehst du ja, naja, die sind gleich lang, und dann, damit hebt sich das auf, und das wird dann nämlich eine reine Wirkleistung. An dieser Stelle will ich dir auch was extrem Wichtiges mitgeben, was bei Rechenwegen ganz häufig eine Rolle spielt, und zwar, dass ja die Wirkleistung sich nicht verändert. PW ist immer gleich. Egal wie wir die Blindleistung, mit der Blindleistung Schindluder treiben, die Wirkleistung bleibt immer gleich. Ja, wir verändern nur hier diesen Imaginärteil, der Realteil bleibt immer gleich. Ja, deswegen muss man nämlich die Wirkleistung nur einmal berechnen bei irgendwelchen Aufgaben, wenn da die Blindleistung reduziert wird, weil die immer konstant ist. Ja, das gucken wir uns aber noch an. Nochmal, die Wirkleistung ändert sich durch Blindleistungskompensation nicht. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir denn hier tatsächlich die Blindleistung kompensieren. Sag mir doch mal bitte erstmal, wir müssen erstmal wissen, wie groß die überhaupt ist, wie groß ist denn die Blindleistung der Spule, ohne Kondensator, also in dem Fall? Ja, das war eine Fangfrage. Also ich wollte nur mal gucken, ob das sitzt, weil es ist ja einfach dieser Wert. Ja, den haben wir ja schon ausgerechnet. QL ist einfach 2105 wahr. Ja, also sollte eigentlich kein Problem gewesen sein, ja, weil hat man schon berechnet. Dieser Wert soll jetzt auf 0 gedrückt werden. Also mache ich hier meinen Ansatz. QL muss vom Betrag her gleich QC sein. Na ja, QC, das ist ja einfach nur eine Leistung. Ja, also kann ich ja für die Leistung schreiben, U mal I. Ich rechne ja mit Beträgen, ich habe ja keinen Unterstrich. Und für I kann ich ja dann entsprechend, weil das ja C ist, U durch XC einsetzen. Also habe ich U² durch XC. Und da haben wir es. Hier in dem Fall ist es natürlich U gesamt. Ich muss mich ja hier an meine eigenen Namen halten. Und QL ist also gleich dem hier, weil das vom Betrag her gleich groß ist. Ich setze jetzt hier für XC ein. Das ist ja 1 durch Omega C. Das ist Doppelbruch, kommt nach oben. Rechne das C aus und komme auf diese Gleichung. Und wenn du in der Klausur eine Blindleistungskompensationsaufgabe kriegst, die ja meistens mit dem Kondensator auch ist, kommst du auf diese Gleichung. Die wird dir die Punkte bescheren. Die Gleichung. Weil meistens ist gefragt, tja, welche Kapazität wurde denn parallel geschaltet, nachdem sich die Blindleistung verbessert hat, also die Aufnahme, die Blindleistungsaufnahme verringert hat. Beziehungsweise was muss man denn parallel schalten, um die Blindleistung auf einen gewissen Wert zu drücken. Ja, du wirst dann diesen Ansatz hier machen müssen. Das hinschreiben, für QC das hier einsetzen und dann diese Formel hier rausbekommen. Dafür wird es eine ganze Menge Punkte geben. Die Formel muss hinhauen in der Klausur. Okay, ich rechne das aus, komme auf 138 µF. Das Omega habe ich jetzt hier zu 50 Hz gesetzt. Entschuldigung, F. Omega ist ja 2PF und F habe ich jetzt hier, wie die Netzfrequenz, auf 50 Hz gesetzt. Wenn ich das jetzt mal überprüfe, den Spulenwert habe ich noch ausgerechnet, den brauche ich jetzt hier. Wenn ich das jetzt mal überprüfe, wenn ich das ausrechne, da kommt 138 µF raus. Beide Ansätze bringen also den gleichen Wert. Wenn die Blindleistung auf 0 gedrückt werden soll, ist es quasi dir überlassen, welchen Ansatz du nimmst. Hier musst du halt diesen Ansatz machen. Du musst tendenziell weniger rechnen, du musst es auch verstanden haben und du musst die richtigen Werte einsetzen. Und im Ansatz, dass du ja imaginärteile 0 werden, musst du einfach nur eine Menge rechnen, musst einfach nur die gesamte Bedarf ausstellen und dann den imaginärteile 0 setzen. Ein typisches Klausur-Beispiel gucken wir uns dann im nächsten Video an. Da werde ich nämlich mit diesem Ansatz den Leistungsfaktor verbessern. Oder beziehungsweise den Leistungsfaktor untersuchen. Okay, und dass der erste Ansatz jetzt nicht immer so eine miese Rechnung ergibt, das will ich dir jetzt noch schnell am Ende dieses Videos zeigen. Ich wische hier sozusagen die Tafel, habe jetzt hier eine Impedanz. Hier, die ist in der kathletischen Form, sieht nicht so aus. Und jetzt ist die Frage, in Reihe soll was geschaltet werden, so dass die Blindleistung 0 wird. Die Werte sind gegeben, also ganz normale Netzfrequenz. Nicht wundern, dass ich mal 220 Volt und mal 230 nehme. Netzfrequenz, Entschuldigung, die Netzspannung schwankt auch. Deswegen sind wir mal 220, mal 230. Okay, egal. Die Kompensationsfrequenz, äh, die Kompensationsimpedanz ist jetzt gefragt. Und wie groß muss die sein? Die muss natürlich, weil sie in Reihe geschaltet ist, minus J15 Ohm sein. Und das, äh, über diesen Wert kann ich jetzt mir überlegen, hm, muss das jetzt ein Kondensator oder eine Spule sein? Ja, die Frage kommt auf. Naja, das ist aber so einfach, das sage ich dir ja natürlich, das ist jetzt, äh, negative, imaginärte einer Impedanz, das muss also ein Kondensator sein. Die Frage ist, wie groß muss der sein? Die Kondensatorimpedanz sieht so aus, der Betrag, wohlgemerkt natürlich. Ähm, ich stelle das nach 10 um, setze für XC 15 Omega ein, hier, und rechne das aus und bam, 212 Mikrofahrrad. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt eine sehr typische Prüfungsaufgabe, aber ich wollte dir jetzt mal zeigen, wie easy das mit dem ersten Ansatz geht, wenn man das kompensierende Element in Reihe schaltet und hier so eine kathesische Form der gegebenen Impedanz vor sich hat. Ja, das war ja nur wirklich nicht schwer. Okay, das war das Ende des Videos und wir sehen uns im nächsten, wo wir ein schönes Klausurbeispiel rechnen.